Ja, es kommt gleich. So, liebe Gäste, liebe Handwerker, es spricht der Bauherr. Ja, herzlich willkommen, wie ihr alle, auf der Baustelle hier heute zu unserem Richtfest. Ist das nicht klasse? Der Rohbau steht. Wir feiern das heute. Eine wichtige Zäsur. Aber, ja, ist jetzt damit getan und wir sehen schon, was für ein beeindruckendes neues Zentrum wir haben werden. Dass das heute so gekommen ist, haben wir vor allem Ihnen zu verdanken. Ihnen, den Handwerker. Ja, das war ja. Und deswegen verbinden wir auch dieses Richtfest mit dem Dank an Sie und möchten uns auch heute ja von einigen von Ihnen verabschieden. Ich war sehr bewegt und beeindruckt, wie liebevoll und exakt Sie gebaut haben. Und wenn man das sieht, wie komplexiert und komplex das ist, dass so ein Gebäude entsteht, das war ganz, ganz wunderbar. Und wir haben auch immer den Eindruck gehabt, als Bauherr, dass Sie gerne hier auf der Baustelle gearbeitet haben. Also ganz herzlichen Dank. Aber natürlich möchte ich auch herzlich danken denen, die den Bau geplant haben und auch jetzt ja noch ganz eifrig dabei sind und intensiv dabei sind in der Begleitung und Fertigstellung des Baus. Und da begrüße ich einmal den Projektsteuerer, Herr Schlünz und Herr Link ist auch da. Ich weiß nicht, da ist Herr Link. Vielen Dank, dass Sie das auch begleiten. Und natürlich den Vorsitzenden des Neubauplanungsausschusses, der gefühlt jeden Tag und jede Nacht guckt, dass das hier alles vorangeht. Johannes Feierer, vielen, vielen Dank. Ja, heute feiern wir, das Wetter ist auch so und freuen uns dann, dass es weitergeht. Aber zu einem Richtfest gehört es jetzt erst einmal, dass der Richtkranz auch hochgezogen wird. Genau. Ich möchte aber schließen mit einem Psalmwort. Aus dem Psalm 127, da heißt es, wenn Gott nicht baut, dann ist alles Bauen umsonst. Siehe, ich mache alles neu. Damit, mit dieser Zusage, haben wir uns immer wieder Mut geholt, ermutigen lassen, hier das zu verwirklichen. Und wir wissen, Gott baut mit. Denn Gott baut an seiner Kirche und dieses Gebäude hier ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Kirche weiterbaut und wir eine Zukunft haben. Also danken wir auch Gott dafür, dass er uns dabei begleitet und auch zum Glück niemals zu Schaden gekommen ist beim Bau. Nun lassen wir den Richtkranz. . Musik 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 Hier steht Gertarisch anzusehen wie dies im Jahr geschehen Das neue Haus in Schlitter Platz Viel Arbeit war es bei Tag und Tag Zuerst der Adrys Viele LKV Dann kamen die Betonbauer Die waren toll Die haben geschallt gegossen, gemessen und dabei manchmal den Feierabend vergessen Auch Sie, mein klassischer Hälter Die Handwerkzeug Die sollen leben Prost Prost Applaus Allein passieren los die Hände Die Baustelle wird bald am Ende Denn ohne Ziel und ohne Plan das Ganze nicht geliehen kann So will erneut das Blatt nicht heben Die erst recht die Planer sollen leben Applaus Glück sei kunstlich in dem Haus Die Eintracht fliehe niederaus In Kirche und im Kindergarten So viel Gutes auf uns wahrsehen Ob gut, ob arm Ob arm Arm, ob leicht Vor Gott sind alle Menschen gleich So viel das letzte Glas zu schreiben Die Baucherin Sie sollen gut leben Applaus 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 Das ist ja warm Du Blass Du erspittere im Grunde Geweiht sei dieses Haus zur Stunde Du wärst Einmal Du wärst Es geht Das ist nicht Jetzt Ne Du wärst